So, meine lieben Zuschauer, dann wollen wir mal beginnen am heutigen Mittwoch zum JFD-Devisenradar hier am 24.06. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Wir wollen gleich angreifen und uns hier den Euro gegenüber dem japanischen Yen näher betrachten, den wir immer mal wieder im Fokus hatten. Gestern ja auch das britische von gegenüber dem japanischen Yen, welches sich leider in Anführungszeichen nicht wirklich rausheben konnte aus der vorhandenen Range. Aber wir haben heute hier beim Euro gegenüber dem japanischen Yen nochmal eine Chance, hier möglicherweise Intraday ein schönes Setup zu finden. Schauen wir zunächst auf den Tagesschart, der hier durchaus noch bullisch daherkommt, denn wir sehen hier diesen Aufwärtstrendkanal seit dem April tief im Bereich 126.05. Klare Aufwärtsstruktur. Hier jetzt diese untere Trendlinie erreicht und zugleich, erlauben Sie mir hier einen kleinen Unterstützungsbereich einzuzeichnen, denn Sie sehen hier knapp oberhalb des Levels von 138 Yen haben wir hier eine Supportzone und dieses Level gepaart mit dieser Aufwärtstrendlinie ist eine Kreuzunterstützung und oberhalb dessen hat das Währungsbau gute Chancen anzuziehen. Gute Chancen dahingehend zunächst hier innerhalb des Aufwärtstrendkanals seit April nach oben um eben hier den kurzfristigen Abwärtstrend zu touchieren und richtig bullisch wäre es IMO, wenn der Markt hier über 141.05. dem letzten Verlauf hoch hinauszieht. Das muss man ganz klar interpretieren, dass der Markt hier, wenn er nach oben raus geht, dann durchaus wieder einige 100 Pips Potenzial hat. Allerdings muss es natürlich auch dazu kommen, denn sackt der Preis unter 138 Yen hier auf Tagesbasis ab, dann haben wir sicherlich mit einem kurzfristigen Verkaufssignal zu tun, was dann ohne viele Umschweife in Richtung 136 Yen führen dürfte, das ist hier diese Horizontalunterstützung, gut zu erkennen, um dann im weiteren Nachgang, wenn hier die dicke Bärenkeule ausgepackt wird, sogar einen Rücklauf in Richtung 131 Yen etwa zu sehen. Das muss man hier im bärischen Szenario sehen, aber falls dies eben nicht kommt, haben wir hier gute Chancen innerhalb des Aufwärtstrendkanals, die Hochs hier vom Jahresstart, Schrägstrich vom Dezember 2014 im Bereich knapp um 150 Yen eben anzusteuern. Das sieht wie gesagt ganz gut aus. Doch kommen wir hier in den Intraday-Bereich, der sicherlich für heute für Sie interessant ist. Und da sehen wir, dass wir uns ein Stück weit hier am Daily Pivot Point aktuell entlanghangeln. So recht kommen wir nicht in Schwung, aber wir sehen schon hier eine leichte Aufwärtstendenz und innerhalb der Asia-Range ist das Währungspaar auch gestiegen, um gute 75 Pips bislang. Also wir haben hier eine Strecke zurückgelegt von 75 Pips und das Paar im Schnitt 130, 140 Pips aktiv am Tag. Das heißt, wir haben heute noch das Doppelte an Range zu erwarten, wenn denn die Range erfüllt wird. Denn am gestrigen Handelstag, wenig überraschend, hat das britische Fund gegenüber dem japanischen Yen sich mit Verlaub kläglich verhalten. Und wir hatten hier noch eine Range von 90 Pips, die hier eben deutlich unterdurchschnittlich sich kennzeichnet. Insofern aufpassen, was passiert, ob das Währungspaar hier nochmal in Fahrt kommt. Und wenn es in Fahrt kommt, dann passt das hier, und da gehen wir mal auf die Wochentagsstatistik, vortrefflich zum heutigen Mittwoch. Mittwoch. Dieser Tag ist nämlich der bullischste Wochentag beim Eurogegen mit dem japanischen Yen. Wenngleich von der Volatilität mit 19% nicht ganz so gesegnet. Aber 61% positiver Schlusspreise ist eine klare Ansage. Und das ist das Niveau, woran man sich orientieren sollte und hier dann im Sinne dessen einer heutigen Ausbruchschance nach oben durchaus partizipieren darf. Morgen dann wieder eine leicht schwächere Statistik, aber das ist jetzt, wie gesagt, hier nicht der Fokus. Was auch interessant ist, und da zeige ich Ihnen gleich mal die heutige Pattern-Statistik im Sinne der Fuzi-Vektorlogik auf Tagesbasis. Da sehen wir hier den Eurogegen mit dem japanischen Yen mit einem bullischen Pattern heute, am heutigen Handelstag sozusagen. Moment, das war jetzt nicht der Yen. Und zwar zeigt sich hier eben eine Pattern-Häufigkeit von 73 Wiederholungen, die dann hier in knapp 62% der Fälle zum Erfolg einer weiteren Aufwärtsbewegung führte. Im Schnitt hat das in der Summe hier folgende Ergebnisse gebracht. Im Hoch erreichte das Währungspaar sozusagen 139,61 Yen. Da sind wir nicht mehr so weit weg von, aber die Perspektive, dass wenn wir auf ein neues Tageshoch ausbrechen, das passieren kann, ist durchaus gegeben. Also rein von der Fuzi-Vektorlogik auf Tagesbasis eine bullische Tendenz. Ein kleines Störfeuer gibt es von der Saisonalität mit Blick auf die kommenden 40 Handelstage. Da sehen wir ganz klar, dass hier der Preis nach unten kippt. Ob das natürlich passiert, ist eine andere Geschichte. Aber man darf natürlich zumindest mal annehmen, dass das Währungspaar rein saisonal betrachtet mit Blick auf die nächsten Tage nicht heute hier Störfeuer erhalten könnte. Das mal hier als Ergänzung zum heutigen Tagesverlauf. Wie gesagt, 61% positiver Schlusspreise. Gekoppelt mit dieser positiven Vektor-Fuzi-Logik lässt hier durchaus ein Setup interessant erscheinen, was wir uns jetzt eben nochmal genauer anschauen wollen. Und da gehe ich jetzt hier wieder mal gern in den Metatrader, um Ihnen sozusagen hier nochmal anhand reiner Horizontalebenen das Ganze näher zu bringen. Hier sehen wir den Euro gegenüber dem japanischen Yen auf der linken Seite. Nehmen wir uns auch gleich mal vor. Haben wir hier die Asia-Range von 74 Pips. Ich spreche ja schon knapp von 75 Pips Range, die wir bislang zurückgelegt haben. Und hier wird es eben interessant, wenn wir ein neues Tageshoch machen. Insbesondere auch, dann gehen wir mal ein Stück kleiner, wenn wir hier dieses Horizontal-Widerstandslevel im Bereich 138,92,93 überwinden und eben hier ein neues Tageshoch machen über 139,04. Wenn das passiert, dann sind eben hier statistisch die Chancen hoch, dass das Währungspaar, das ATR-High, also die durchschnittliche Range, haben wir während der Vergangenheit 14 Tage 137 Pips im Schnitt zurückgelegt, dass wir hier dann praktisch rein vom Potenzial her in Richtung 139,66 laufen. Und Sie haben eben bei der Fuzi-Vektor-Logik gesehen, da hatten wir einen Hoch bei 139,61. Und das ist im Prinzip hier doch eine ganz interessante Chance in Sachen von 70 Pips nach oben, die es hier gehen könnte, rein statistisch. Ich zeige sie nochmal. Die Fuzi-Vektor-Logik zeigt hier ein Hoch bei 139,61 an, rein statistisch. Und das bezieht sich natürlich auch interessanterweise auf die Möglichkeit, die wir hier sehen, im Sinne dessen, dass wir hier die True Range abfassen. Und insofern ist ein neues Tageshoch nicht hundertprozentig wahrscheinlich, sowas gibt es an den Märkten nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass wir dann hier weitere Performance nach oben sehen, die hier bis in den Bereich statistisch von 139,60, 139,70 führen könnte. Dazu müssen wir aber wie gesagt ausbrechen, uns oberhalb des Pivot Points, wo wir uns eben aktuell hier im M15 auch sehr schön zu sehen entlanghangeln, nach oben emporarbeiten. Und dann hat das Währungspaar die Chance, hier zu performen. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir hier innerhalb der Asia Range bleiben, und das ist dem britischen Fund gegenüber dem japanischen Yen gestern, größtenteils wieder fahren. Es gab einen kleinen Ausbruchsversuch, dann kippte das Währungspaar wieder runter. Also so richtig dynamisch war da mal rein gar nichts. Und wenn das natürlich passiert, dann kann man da nichts machen. Dann muss man sich der Realität stellen und die Position, sofern man denn eine eingeht, dann schließen, beziehungsweise auf weitere Chancen hoffen. Negativ, und das ist ganz interessant hier beim Währungspaar Euro-Yen, ist es, wenn wir hier das Vortagestief und gleichzeitig Vorwochentief, was hier bei 138,14 liegt, unterschreiten, dann sollte es nämlich von diesem Level ausgehen, mindestens hier bis in den Bereich 137,70 rund gehen. Da sprechen wir über rund 50 Pips Abwärtspotenzial, wenn wir aus der Asia Range nach unten rausbrechen. Das Vortagestief und Vorwochentief unterschreiten, das ist ein ganz entscheidendes Support-Level, was, wenn es denn aufgegeben würde, hier ganz klar die Bären nach vorne rücken würde. Aber nach oben, wie gesagt, wäre heute der Ausbruch zu favorisieren. Allerdings brauchen wir Volatilität, allerdings brauchen wir da ein neues Tageshoch. Und solange das nicht kommt, muss man sich hier in Ruhe üben. Warten Sie ab, liebe Zuschauer, jetzt kommt nachher gleich noch eine kleine Gold-Analyse. Das schaut nämlich auch sehr, sehr interessant aus. Dazu aber später mehr. Dann auch nochmal im JFD Live Trading TV und natürlich den DAX später. Ich freue mich auf Sie, wenn wir uns da wiederhören. Ich sage jetzt erst mal Danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kemmerer Und bis später, wenn wir uns da wiederhören. Vielen Dank.